Hallo und herzlich willkommen äh, mein Bruder ist auch in der Konfi egal bitte nicht so laut komm einfach los herzlich willkommen zum wievielten Battle hier ne viertes ja ich hau mir noch eben Abfüll rein merkt ja keiner und ja jetzt mach ich hier mein God Mode aus und ich würde sagen es geht los ist wirklich das vierte ja der Digi Gereon Digi Gereon egal es geht los verteidigt sein, ja was soll das sein wir können Tintin nicht zünden wir haben kein Redstone ah hier warte ich gebe dir einen Schalter ähm ähm, willst du Button Redstone Torch, Redstone Torch nein ich möchte bitte einen Schalter Redstone Torch ist am einfachsten dankeschön ok, ey ich hab da so den Plan ne und ich würde sagen es geht jetzt einfach mal los wir setzen jetzt hier Tintin weil das hier ist eh wieder nur so komisch ausgeführt deswegen graben wir uns jetzt hier erstmal rein und setzen dann da Tintin rein ist das nicht perfekt naja und wir stoßen jetzt ja auch schon voran naja und wir hauen jetzt erstmal wie immer mit unseren Pfeilen hier alles ein genau lenk die ab genau merkt ja keiner, dass ich mich hier reingrabe äh, Entschuldigung, wenn ich die großen The Game Tester Group unterbreche, aber atme ich zu laut nein gut Sero ist runtergefallen, komm schnell ja stirb ja, nein das ist jetzt so noch Gerard Gerard ist nur noch in der Haus Gerard und das war jetzt erstelltes Battle Gerard muss jetzt einfach sterben äh, wie lang das mit dir die Errüstung dauert äh, das erscheint mir langsam ein bisschen unrealistisch irgendwie nee, ich hab auch erst drei Herzen verloren, obwohl die ganze Zeit auf mich einschlägt jawoll ah, jawoll da haben wir einfach so, die Taktik, ähm, ja wie soll man's sagen wir haben einfach Gerard, guck hier so ungefähr, haben wir ihn einfach abgeballert auch in der Geschwindigkeit natürlich ja, das war ein sehr schnelles Battle, ähm, leider dieses Mal ohne, wie das hier alles aufgebaut wird und so da, ähm, die so scheiße wieder gebaut haben guck mal, das ging bis da ganz oben ich hab's sogar getroffen das ging bis hier jawoll bis hier oben ging das dann haben wir ich setze TNT noch ja, da haben wir gesagt, äh, nur 25 oh, ich sollte mal wieder Godmode anmachen nur 25 ich kann kein TNT setzen, ne, wegen achso, wegen World Guard ja, nur 25 Block ah doch, ich kann doch naja, sei mal kurz ruhig nur 25 Block BAM voll Gerard hat wieder nur so seinen Düt in die Luft gebaut ähm der ist nur kleiner in echt, denke ich mal ja, ja, klar ähm ja ich weiß das nicht dann, dann haben wir gesagt, nur 25 Blöcke hoch und Geryon ist jetzt ein bisschen frustriert, aber ich finde so, hier 25 Blöcke, das ist so hoch, ich denke das kann man noch verkraften, aber nicht hier so einen ganz langen Weg, wo der dann einfach oben die ganze Zeit rumballert, äh rumsteht und nach unten ballert und deswegen, äh, verabschieden wir uns jetzt recht herzlich, das war der schnellste Letts Battle in der Geschichte vom Letts Battle, es wird jetzt wieder mehr Letts Battle geben und auch mehr Mod Reviews, ich denke ich, also ich mache ja zumindest, für meinen Teil mache ich nur noch Minecraft Videos ja, ja, da kriegst du einen Apfel, Seerobbe Seerobbe du kriegst jetzt einen Apfel der läuft weg da hat er seinen Apfel ja, ok aber, beenden wir dann die Aufnahme ja, mit einem Headshot für Florian bis zum nächsten Mal tschüss hau